Musik Scholem Aleichem Er ist geboren geworden in der Stutt Kiew in 1874 und heute sein Tate ist geweiht nach Husid, ist der Sohn allein zu sein Eidischer Emonen gewesen gleichgeltig. Obgedeint in der Tsarische Radmei, Oter zu zwei in Zwanzekjür Chassanegiat, und gearbeitet wie Aprikashik auf der Ziegelfabrik beim Fabrikant Zaytsev. Er hat gewohnt in der Bakanter Gegend Podol, er ungeringelt mit Christlichen Schchenen. A Futter von der größeren Mischpuche, und Beiles kein Honig nischgelegt. Mit den Schchenen Christen kein Sichsuchim nischgeat, noch mehr bei diesem politiken Pagrom von 1925, seinen Zinnigen Stief gekümmen etliche Vorsteher von der Schwarzmaker-Organisatze-Verband von Russischem Volk, und ihm versichert, dass er darf verkeinem nischte Möro. Im Plutzum wird unter der Stille Ried in 1911 arrestiert unter der Beschildung von Ritualmord, anders gesucht Alilas Damm. Wir wollen sich nicht daran lösen in Kemprotim, aber sein Arrest hat auf die ganze Welt und mobilisiert die progressive und humanistische russische Intelligenz in Kampf gegen den Bild von der so gerufenen echten russischen Patrioten. Noch ein Prozess, wo die Geschworene mehrstens pushete Poehrim, ob mim barechtigt, und menachem Mendel Beiles bestieke, verlost Russland, und sich arübergepekelt, kein Palästine. Lang hat er sich dort nischte Verhalten in ungekommenen Kinnamerike. Wegen seine Überlebenischen und Nisjöines hat er ungeschrieben abuch sichroines auf Yiddisch Was ist die Geschichte von meiner Leiden? Was ist der Schönen in New York in 1925? Dem 7. Juli 1934 ist menachem Mendel Beiles gestorben in New York.